So viele Leute haben versucht, mich zu stoppen. Aber eine starke Frau weicht nur zurück, um besser Anlauf zu nehmen. Die Stunden, die ich damit verbringe, voranzukommen, sind oft einsam. Aber sie geben mir Kraft in den Momenten, wo andere stehen bleiben. Der Weg, den ich gehe, ist das Produkt meiner Gedanken. Genau deswegen stärke ich meinen Körper und Geist. Man kann niemanden überholen, wenn man stets der Gewohnheit folgt. Lass dich nicht gehen. Geh selbst und trau dich. Veränderung ist der Schlüssel für Glück. Um Erfolg zu haben, brauchst du nur eine Chance. Jetzt bekommst du sie. Join my vision of a stronger woman. Look like Anna.